So, liebe Pottery Power People, ich begrüße dich ganz lieb hier in meinem Pottery Tutorial. Wie drehe ich eine große Schale? Das ist alles in der richtigen Zeit, also ohne Zeitraffer. Und ja, wenn du mehr von diesen Videos möchtest, dann schreib das gerne in die Kommentare und lass dem Ganzen auch einen Daumen nach oben da, da würde ich mich super, super freuen. Und teile das auch gerne mit deinen Leuten. Genau, und dann legen wir direkt los. Ich bin Anne, die Töpferin, und mache das schon seit 25 Jahren. Und mein Ausbilder hat gesagt, je weniger Werkzeug du hast, umso besser ist es. Das heißt, ich benutze überwiegend immer meine Hände als Werkzeug. Dann habe ich aber auch Pinsel, dann irgendwelche Behältnisse, die ich irgendwie aufgehoben habe. Und jetzt habe ich hier schwarzes Farbpigment gekauft. Und nehme da den Spachtel, den ich aus Japan mitgebracht habe. Also diesen Spachtel, den habe ich selber geschenkt gekriegt. Das ist so ein Spachtel, den man selber machen kann aus diesem Rohr. Ich weiß nicht, Bambusrohr machen das die Japaner selber, weil da ist so eine schöne Rundung dabei. Die schleifen sich das nochmal. Und Mori Tiger, bei dem ich gearbeitet habe, der hat mir das geschenkt. Zum Umfüllen kannst du halt, wie gesagt, so eine einfache Plastikbox nehmen. Die kriegst du manchmal, wenn du Supplements kaufst als Fitness-Sportler. Da kriegst du solche Dosen. Die nutze ich persönlich immer sehr gerne, weil die halt eine schöne Größe haben. Und damit kannst du halt auch Geld sparen. Du kannst es natürlich auch im Keramik-Versandhandel kaufen, solche Dosen. Aber wie gesagt, du kannst es auch einfach Geld sparen und dann einfach solche Sachen sammeln. Dann haben wir hier 10 Kilogramm Westerwälder Steinzeugmasse. Ohne Schamotte oder mit feiner Schamotte. Da weiß ich jetzt nicht so. Wir machen eine große Schale und ein kleines Herz. Ich empfehle aber immer, bei großen Schalen mit großen Böden, großen Vasen oder so, immer mit feiner Schamotte zu arbeiten. Du kannst das natürlich auch, wenn du geübt bist, mit Drehton arbeiten. Drehton ist immer, da ist keine Schamotte drin. Und ansonsten, was ist nochmal Schamotte? Das wissen viele nicht. Das ist gebrannter Ton, der gemahlen ist, damit du mit diesem gemahlenen Ton, also der wird dann in dem Massezusatz beigefügt, beigemengt. Also Tonmineralteilchen, Schamotte und Wasser. Das ist halt der Massezusatz sozusagen. Und Schamotte verhindert quasi die Schwindung. Also das heißt, verringert die Schwindung. Je größer die Schamotte-Kügelchen sind, umso weniger schwindet das. Das heißt, wenn du jetzt eine Baukeramik machst, dann nimmst du halt grobe Schamotte. Wenn du drehst an der Töpferscheibe, nimmst du feine Schamotte. Und dann gibt es noch Feinstschamotte und Drehton. Drehton, da ist gar keine Schamotte drin. Denn Drehton verwendest du überwiegend so bei Tassen, Bechern und so weiter, wo am Rand natürlich auch keine Schamotte sein sollte, wenn du dann draus trinken möchtest. Und bei Tellern, wo große Böden sind, empfiehlt es sich immer so mit Feinstschamotte und Feine Schamotte zu arbeiten. Es gibt einen Unterschied zwischen Feinstschamotte und Feine Schamotte. Feinstschamotte ist halt super, super klein und Feine Schamotte ist ein bisschen größer. Und dann, wie gesagt, gibt es noch grobe Schamotte und Schamotte fein gibt es auch noch. Also ich kann da, wie gesagt, ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht. Das nennt sich Klassifizierung. Das ist eins meiner ersten Videos gewesen. Musste mal ein bisschen runterscrollen im Feed. Genau, aber ich werde das mal aufarbeiten. Genau, und jetzt haben wir das halt schön geknetet, zentriert, aufgebrochen. Genau, und wir machen jetzt sicher so ein Herz. Das heißt, ich nutze meine Hände für kleine Klumpen jetzt. Also das sind halt andere Handgriffe, wenn man mit kleinen Mengen arbeitet. Musste mal gucken, musste beobachten, weil denn in diesem Video zeige ich dir auch, wie man mit großen Massen hantiert. Und das ist hier, wie gesagt, alles die normale Geschwindigkeit. Wenn du jetzt irgendwas machst am Ton, geht es halt auch darum, nicht ruckartig vom Ton wegzugehen, sondern immer schön sachte, weil wenn du ruckartige Bewegungen machst, kann das natürlich dazu führen, dass du dann eierst. Also, dass der Ton eiert, meine ich. Und deswegen musst du halt immer schön Runde für Runde da im Ton drin sein. Am besten machst du auch eine coole Musik an. Dann kannst du natürlich ein paar Tools auch benutzen, wie zum Beispiel hier diese Blechschiene, um das halt nochmal von innen nach außen zu drücken und zu glätten, damit du halt ohne Drehrillen arbeitest. Besonders dann, wenn du mit Farbpigmenten arbeitest, empfiehlt es sich, ohne Drehrillen zu arbeiten, weil das halt dann schöner aussieht. Diese Videos, die sind entstanden eigentlich nur für YouTube, TikTok und Instagram sowie Facebook. Das heißt, diese Produkte habe ich jetzt schon bemalt, obwohl die noch gar nicht lederhart sind. Das macht man eigentlich nicht. Normalerweise wartet man ein bisschen so zwölf Stunden bis 24 Stunden, bis der Scherben halt lederhart ist. Und dann trägst du die Engobe auf. Ich habe auch keine richtige Engobe, sondern, wenn du mal geguckt hast, ganz am Anfang, habe ich jetzt einfach nur dieses schwarze Farbpigment mit Wasser vermischt. Das ist eine ganz flüssige Suspension sozusagen. Und eine richtige Engobe wäre mit Tonschlicker. Du kannst diese Schlicker auch kaufen fertig. Du kannst es aber auch selber machen. Also normalerweise geht es halt so, dass du halt so ein Farbpigment kaufst und dann Tonschlicker einrührst. Und dann hast du halt eine Engobe. Warum tut man nicht, so wie ich jetzt, Wasser und Farbpigment zusammen mischen? Weil der Scherben soll ja im Normalfall auch gebrannt werden. Also bei dem Schwarz funktioniert das. Also ich habe das dann auch so gebrannt. Aber das ist halt nicht, wie man es in der Berufsschule gelernt hat. Aber bei dem Blau, ich habe auch solche blauen Herzchen gemacht, da funktioniert es nämlich nicht. Da siehst du das, dass du da wirklich das Farbpigment unbedingt mit einer Schlickersuspension vermengen musst, weil sonst platzt das ab. Du weißt, dass der Scherben im Brand schwindet. Der schwindet auch bei der Trocknung. Das heißt, Schwindung bedeutet kleiner werden. Da geht quasi das Wasser raus. Also einmal die Trockenschwindung, da geht halt quasi dieses H2O raus. Und dann gibt es noch die Brennschwindung, da geht das kalzinierte Wasser raus. Das heißt, im Ton drin sind auch nochmal Wasserbestandteile. Die werden dann ab dem Brenntemperaturbereich, ja, über 100 Grad, wird das rausgebrannt. Das nennt sich kalzinieren. Und dann muss der Scherben auf jeden Fall abgestimmt sein auf die Glasur. Und wir haben im Brennofen bei 575 Grad Celsius den sogenannten Quarzsprung. Und das muss natürlich die Engoba auch mitmachen. Das heißt, wenn du nur Wasser verwendest, dann hast du da halt keine Möglichkeit, da diese Bewegung, die der Ton dann in dem Ofen noch hat, weil das ist ein organisches Werkstoff. Das heißt, der lebt sozusagen. Da brauchst du halt eine Suspension, die halt genau passt. So, das war mal jetzt ein kleiner Einblick in diese ganze Glasur, Farblehre. Da kann ich auch noch gerne mehr Videos dazu machen, zur Sägerformel und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert und wenn dich es nicht interessiert, mache ich es trotzdem, weil irgendjemand wird es ja interessieren. Also wenn dich es interessiert, dann schreib das gerne mal in die Kommentare, Sägerformel. Dann weiß ich auch, du hast bis hierher geguckt. Und dann mache ich ein Tutorial darüber. Genau. Und dann wäre ich auch schneller, das dann fertig zu machen. Auf jeden Fall haben wir hier homogenisiert und zentriert. Jetzt machen wir nämlich diesen Aufbrechgriff und den ersten Hilfszug. Auch zu diesem Aufbrechgriff habe ich schon ein Video gemacht. Das kannst du dir auch gerne mal anschauen. Hier der erste Hilfszug. Da haben wir jetzt quasi so einen Ring. Den machen wir mit dem Zanggriff. Bisschen kleiner. Wir wollen jetzt aber eine Schale drehen. Das heißt, wir machen jetzt das so, dass wir direkt mit dem Knöchelzug jetzt die Fliehkräfte benutzen. Und dann siehst du, die linke Hand drückt von oben ein bisschen drauf. Also es ist wie so ein Aufbrechgriff. Das heißt, wir arbeiten mit der Scherwirkung auch irgendwo. Und durch die Fliehkräfte geht das dann nach außen. Und jetzt an diesem Punkt darfst du nicht mehr zu sehr von oben nach unten drücken. Aber am Anfang, wenn der Scherben noch sehr dünn ist, je weiter du das gezogen hast, umso dünner wird ja der Scherben. Aber ganz am Anfang ist er ja noch relativ dick, bevor du den ersten Knöchelzug gemacht hast. Und da kannst du halt nochmal, kannst du von oben drauf drücken. Und wenn du von oben drauf drückst und dann bei dem Aufbrechgriff, habe ich ja schon mal erklärt, dass man dann so ein bisschen zur Seite schiebt quasi die Hände. Dann kannst du halt mit dieser Fliehbewegung arbeiten und ganz sachte natürlich in der Drehbewegung der Geschwindigkeit von der Scheibe deine Hand öffnen. Und dann fließt quasi dieser Ton an die Seite. Und du kannst es halt eingrenzen, damit das nicht zu schnell geht, kannst du das noch mit der rechten Hand so ein bisschen eingrenzen sozusagen. Das ist aber nicht wirklich mit Druck, sondern eher so ein bisschen sanft. Eine sanfte Begrenzung von außen noch, damit das nicht zu schnell geht, weil dann flutscht das nämlich schnell runter. So, dann habe ich mal ausgemessen. Also das waren jetzt ein paar 30 Zentimeter. Sieht ein bisschen größer aus. Waren das wirklich nur 30 oder waren das 39? Also ich würde sagen, das ist eine 40 Zentimeter Schale, aber es sah gerade aus wie 30. Ich glaube, es war 39. Musst du selber nochmal gucken. Also kannst du ja auch nochmal zurückspulen. Auf jeden Fall tragen wir jetzt hier die Suspension auf. Ja, genau. Und vorher habe ich das nochmal so mit diesem einen Eisen so ein bisschen diesen Spiegel gesetzt. Ich weiß selber nicht mehr, wo die Schiene ist bei mir gerade. Ich finde die selber nicht mehr. Aber mit so einer Schiene, die so gebogen ist, wo der Stahl hart ist, also nicht so weich, nicht so ein Blech, sondern ein richtiges Eisen sozusagen. Eisen siehst du auch immer daran, ob das Eisen oder Blech ist, erkennst du immer daran, wenn das rostet. Wenn das rostet, dann ist es Eisen. Das empfiehlt sich auch immer, Eisen zu verwenden, wenn du mit Keramik arbeitest. Warum? Weil da klebt der Ton nicht dran. Bei diesem Blech, bei diesem kleinen Blech, das ist Blech, rostet nicht. Das ist so ein rostfreies Blech wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so ganz so krass aus mit Metall, obwohl wir das auch im Studium hatten. Aber Blech klebt halt immer am Ton dran. Also dieses Aluminium, das klebt halt immer am Ton dran und Eisen halt nicht. Ich glaube, das ist Aluminium, dieses Blech wahrscheinlich. Das kann sein. Auf jeden Fall hier schön Runde für Runde das schön ordentlich auftragen. Lasst dir auch ein bisschen Zeit dabei, genau. Und wenn da solche lichten Stellen sind, dann einfach nochmal drüber gehen und dann trocknen lassen, genau. Kannst du das jetzt auch super zum Dekorieren nehmen, weil das ist ein schöner Spiegel. Durch dieses Eisen haben wir halt einen schönen Spiegel gekriegt und mit diesem schwarzen Farbpigment kannst du halt eine richtig schöne Oberfläche gestalten und dann mit Ritztechnik auch reinmalen. Da habe ich auch schon Motive aufgebracht, zum Beispiel Pferde und so weiter. Da kannst du schön ritzen. Das kannst du im lederharten Zustand machen oder auch jetzt schon, wobei das besser aussieht, wenn es lederhart ist. Also wenn es getrocknet ist, dann geht es auch, aber der lederharte Zustand ist immer am besten. Und das war auch schon mein Video. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und schau gerne mal in meinem Webshop vorbei www.ceramicnewsgermany.com Und dann geht es auch schon mal in meinem Webshop vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020